Willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo wegen meinem Livestream. Wir haben gerade 16.20 Uhr am 22.12. Aber wenn ihr das Video seht, wird schon der... Kurz auf meine Dateien gucken. Das ist schwer, so mit der Handykamera. Am 4. wird das Video kommen. Da drüben, mein Appelplan, auch gerade am Rändern schneiden und so. Bin gerade am Aufnehmen-Fieber. Ja, ich muss noch eine ganze Menge aufnehmen an der Seite. Und ja, schon ordentlich am Zocken. Mein Kumpel hockt bei mir. Und ab... Ab 16 Uhr. Ab 16 Uhr gibt es einen Livestream. Am 5.1. Also für euch dann morgen. Schätzungsweise, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, müsste morgen sein. Dann ist unten noch der Link für den Livestream. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.